Welches Land ist nach einem 4000 Jahre alten Gott benannt? Welches ist das Land der Arier und welches das Land der Schwarzen? Heute schauen wir uns die Länder des Nahen Ostens an und ich werde euch erzählen, woher sie ihre Namen haben. Und wir fangen an mit Ägypten. Ägypten leitet sich vom altgriechischen Ägyptos ab. Und das geht zurück auf einen noch älteren Namen aus der ägyptischen Sprache. Das bedeutet so viel wie Tempel der Seele des Ptah. Und dieser komplizierte Name, Tempel der Seele des Ptah, bezog sich ursprünglich nur auf die Stadt Memphis, eine der Hauptstädte des antiken Ägyptens und wurde im Nachhinein auch als Name für das ganze Land gebraucht. Der Name des Staates Algerien kommt von seiner Hauptstadt, von Algier. Und Algier bedeutet so viel wie die Inseln und bezieht sich auf die vier Inseln, die noch bis ins Mittelalter vor der Küste der heutigen Hauptstadt zu finden waren. Der Name Pachain kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie zwei Meere. Woher der Name Djibouti kommt, das weiß man tatsächlich heute nicht. Da gibt es mehrere Theorien und mehrere davon deuten darauf hin, dass es aus der Sprache Afar stammt und so viel wie Teller oder auch Plateau bedeuten könnte. Der Name Israel kommt aus dem Hebräischen und wird schon in der Bibel verwendet, unter anderem als Erez Israel, also das Land Israel, aber auch als Männenname. Der Name Israel wird an Jakob verliehen, den Enkel von Abraham, einem der Erzväter des israelitischen Volkes. Und diesen Namen bekommt er, nachdem er laut biblischer Überlieferung in der Wüste mit einem Engel gerungen hat. Israel bedeutet so viel wie Gott regiert. Woher der Name Irak kommt, da gibt es mehrere Theorien. Eine der bekanntesten ist, dass der Name Irak von Uruk kommt. Uruk, das war eine große sumerische Stadt. Also eine der ersten, wenn nicht die erste große Metropole der Menschheitsgeschichte, die schon vor über 5000 Jahren existierte. Und der Name Uruk und Irak, merkt man schon, ist relativ nah beieinander. Aber es gibt auch noch andere Theorien. Nämlich könnte der Name Irak auch vom mittelpersischen Wort Errak kommen, was so viel wie Tiefland bedeutet. Interessanter Fakt, im Mittelalter hat man vom arabischen Irak und vom persischen Irak gesprochen. Und dieser persische Irak, der reichte bis weit in die Gebiete des heutigen Staates Iran hinein. Der Name Iran kommt aus dem mittelpersischen und bedeutet so viel wie Land der Arier. Und nein, es sind nicht die Arier gemeint, die Hitler und die Nazis im Kopf hatten. Die gab es nämlich so nicht als blonde, blauäugige Übermenschen. Die echten Arier waren eine Gruppe von Menschen, die eine indoeuropäische Sprache gesprochen haben und die vor mehreren tausend Jahren im Iran und bis ins heutige Nordindien gewandert sind. Was der Name Jemen bedeutet, da gibt es auch wieder unterschiedliche Theorien. Eine der bekanntesten ist, dass es so viel wie Süden bedeuten könnte und was einfach darauf anspielt, dass der Jemen im Süden der arabischen Halbinsel liegt. Eine andere Theorie besagt, dass Jemen oder das Wort, von dem Jemen kommt, so viel wie gesegnet oder glücklich bedeutet, weil der Jemen im Gegensatz zur arabischen Halbinsel insgesamt relativ fruchtbar ist. Jordanien hat seinen Namen vom Fluss Jordan. Und der Name des Flusses Jordan kommt sehr wahrscheinlich aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie herabfließen. Der Name Katar wird schon vom römischen Schriftsteller Plinius, dem Älteren, verwendet und man vermutet, dass er sich auf die Katarei bezieht, eine Gruppe, die etwa vor 2000 Jahren im heutigen Katar gelebt hat. Der Name Kuwait stammt aus dem mesopotamischen Arabischen und bedeutet so viel wie Festung, die nah am Wasser gebaut ist. Der Name Libanon ist schon Jahrtausende alt und kommt aus dem Phönizischen. Er bedeutet so viel wie Weiß und es kommt daher, dass der Libanon nicht nur das Land ist, sondern auch das Gebirge, das oft von Schnee bedeckt ist. Der Name Libyen kommt von den Libu. Das war ein Volksstamm, der im heutigen Libyen gelebt hat und zwar zur Zeit der Pharaonen. Es gibt also schon schriftliche Überlieferungen aus der Zeit von Ramses dem Großen, von vor über 3000 Jahren, die von den Libu im heutigen Libyen sprechen. Übrigens, ganz wichtig, wenn ihr den Namen Libyen schreibt, das I kommt als erstes, weil schreibt es L-I-B-Y-E-N, nicht L-Y, Libyen. Der Name Marokko kommt von der ehemaligen Hauptstadt des Landes, Marrakesch und man vermutet, dass Marrakesch entweder aus einer Berbersprache kommt und so viel wie Land Gottes bedeutet oder aber Land der Söhne von Kusch bedeuten könnte. Woher der Name Oman kommt, das ist auch nicht ganz klar. Eine Theorie besagt, dass der Name Oman von der Stadt Soha kommt. Das war in der Antike ein Stadtstaat im heutigen Oman und der wichtigste Ort. Und sein Name bedeutet so viel wie Niedersitzen oder sich zur Ruhe setzen. Palästina war schon der Name einer römischen Provinz vor knapp 2000 Jahren. Der Name kommt vom Griechischen, der wiederum aus dem Hebräischen kommt und so viel bedeutet wie Land der Philister. Die Philister wurden auch schon von den alten Ägyptern erwähnt. Und wer im Religionsunterricht aufgepasst hat, der weiß, dass die Philister die Gegner der Israeliten im Alten Testament waren. Ursprünglich kamen die Philister sehr wahrscheinlich aus dem heutigen Griechenland, aus der Ägäis. Und beim Zusammenbruch vieler Zivilisationen zum Ende der Bronzezeit siedelten sie dann von der Ägäis und von den Inseln des heutigen Griechenlandes rüber an die Levante. Saudi-Arabien ist benannt nach der Familie Saud, die herrschende Dynastie. Und es zeigt so viel an, dass Saudi-Arabien der Teil Arabiens ist, der der Familie Saud gehört. Der Name Sudan kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie Land der Schwarzen. Und das spielte auf das frühere Königreich Nubien an. Der Name Syrien kommt vom antiken Volk der Assyrer, die ihren Namen wiederum von ihrer Hauptstadt Aschur haben. Diese Stadt war benannt nach ihrem wichtigsten Gott. Türkei bedeutet so viel wie Land der Türken. Der Name Türken ist zum ersten Mal im 6. Jahrhundert zu finden und man vermutet, dass er so viel bedeuten könnte wie stark oder reif oder vereint. Die Details werden, wie so oft, bis heute von Experten diskutiert. Tunesien hat seinen Namen von seiner Hauptstadt Tunis. Und da vermutet man, dass der Name Tunis auch wieder aus einer Berbersprache kommt und so viel bedeutet wie sich hinlegen oder Rast machen. Es gibt aber auch die Theorie, dass der Name Tunis etwas mit einer der Gottheiten des alten Kartago zu tun gehabt haben könnte, nämlich mit der Göttin Tanit oder Tunit. Die Erklärung für die Vereinigten Arabischen Emirate ist ein bisschen langweilig. Es sind arabische Emirate, die vereinigt sind. Was man noch dazu sagen kann, ein Emir ist praktisch ein arabischer Fürst, deswegen sind Emirate Fürstentümer. Der Name Zypern ist schon mehr als 3000 Jahre alt und kommt aus dem mykenischen Griechischen. Was genau er bedeutet, auch hier sind sich die Experten wieder uneinig. Eine Theorie besagt, dass es einen Zusammenhang mit dem Wortursprung von Zypresse geben könnte. Eine andere Theorie besagt, dass Zypern seinen Namen von dem sumerischen Wort für Kupfer hat. So, wir sind durch. Ich hoffe, ich habe kein Land vergessen. Falls doch, schreibt es mir in die Kommentare. Genauso, wenn ihr Ideen für ein nächstes Video habt, wenn ich irgendetwas aus dem Nahen Osten erklären kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.